Hallo und willkommen zurück bei Comp Raider. Wo hast du jetzt schon mit dem geguckt? Oh, dieses Gucken, das macht mich so kira. So. Da hätten wir das nächste. Vielleicht müssen wir nur noch das da. Nicht zu hoch. Hör auf. Hör auf zu gucken. Ah, die Klappe geht automatisch auf, okay. Sobald da Gewicht drauf kommt. Bergungsgut. Jede Menge Bergungsgut. So. War hier aber nicht auch noch eine Höhle? Ein Tempel oder so? Es hat doch dieses Blim-Blim-Geräusch gemacht. Also diese Glocken. Nein? Hm. Oh. Ups. Hallo. Mädchen, gehst du da rum? Oh. Oh. Wo geht's? Da, natürlich. Ich wusste es. Okay, aber ich will da rüber. Okay, wo komme ich hier denn hin? Wo komme ich hin? Was bringt mir das hier oben? Oh, 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 oh. Ein Geocache. Und Munition bringt mir das. Aber sonst so weiter hoch und da rüber? Nee, gell? Da ist das. Da ist das. Hier komme ich dahin. Ich dachte, sie würde sich festhalten an der nächsten Leine. Dann halt so. Ach, wir waren doch hier schon. Seht ihr? Ich habe doch die Glocken gehört. Jetzt waren wir da. Aber wir sind nicht hier rein. Ja, ne? Warum eigentlich nicht? Ach, wir können Feuer selbst machen. Ihh. Ihh. Ehh. Oh, er erinnert mich an den, an den, äh, Typ vom Anfang. Was mich immer noch brennend interessieren würde, ob der wirklich Freund oder Feind war. Oh, okay. 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 Okay, spielt es eine Rolle, welchen Weg wir jetzt gelaufen sind? Was war das? Was war das für ein Geräusch? So eine Art Werkstatt. Anscheinend haben die Solari die alten Orte dieser Insel vollständig übernommen. Mhm. Mhm. Okay. Da ist so ein Kadaver, da ist ein Seil, da ist Benzin. Hm, die Regale sehen brüchig aus. Etwas mehr Gewicht müsste Ihnen den Rest geben. Mhm. Ich hoffe, dass es ist gut. Oh. Ich hoffe, das Regal geht dann auch kaputt. Also, ich weiß zwar nicht schon, ob ich das jetzt hätte machen sollen, ob das jetzt richtig und wichtig war, aber was ich weiß, ist, dass die Dinge hier brennen. Äh, ja, okay, gebracht hat es nur nichts. Hä? Ah! Klappt das so? Ist das so geplant? Okay. Eben dachte ich, jetzt ist es vorbei. Okay, wie ist die das jetzt? Oh, ich würde mich jetzt gerne umdrehen, um zu gucken. Ach, da hätte ich das vielleicht reinschmeißen müssen. Okay. Ja, und, äh, weiter. Kammer des Gerichts gemeistert. Ganz komische Kammer hier. So, und zurück. Ach ja, zurück habe ich jetzt Easy, oder was? Und, das ist, solange das hält. Okay. 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 Und ich glaube, ich hätte das da ... ... ... ... guck mal rein, gegen das Regal schleudern sollen. Ich weiß doch nicht, was für einen Sinn das gehabt hat jetzt, dass das geht und funktioniert, aber ... Wir haben es halt gemacht. So, jetzt. Wir haben eine neue Fähigkeit. Kampf Upgrades. Drei von sieben gemeistert. Achsexperte, versetzen auf eine vierte Axt einen tödlichen Hieb. Nein. Weichen sie einem Gegner aus, stoßen sie ihm ein Pfeil ins Knie und versetzen ihm dann den Todesstoß. Nein. Achso, gesperrt, gesperrt. Okay. Ähm, gesperrt, gesperrt, gesperrt. Brauchen wir gar nicht lesen. Überleben. Was ist das denn hier? Alle Grabeingänge und Schatzkarten sind nun auf ihrer Karte verzeichnet. Ja. Würde ich fast schon... Achso, Rang 3 Spezialist. Okay. Gut, das kenne ich noch nicht. Blünden sie Tierkarte, aber klüß sorgfältig. Erhalten sie zusätzliches Bergungsgut. Sammeln sie zusätzliche Belohnung beim Blündern von Tierkadawerden und Lebensmitteltruhen. Halten sie die Augen offen, um schwer zu finden, Tiere und Nahrungsschwellen aufzuspüren. Ja, aber ich brauche doch gar nichts zu essen. Das ist doch das, was ich nicht verstehe. Ach, hier. Meistern. Okay, nein. Rang 3 bin ich immer noch nicht. Okay. Kaufen sie zwei weitere Fähigkeiten, um Rang 3 freizustellen. Ah, okay. Gut. Gut. Was mich jetzt nochmal brennend interessieren würde. Okay. Ein Versuch was wert, Leute. Was ist los? Versuch macht Luke, oder? So, ich gehe jetzt zurück hier. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, was das für ein Geräusch war, was ich hier rein bin. Okay, sie läuft schon langsam, weil... Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Sie guckt hier wieder hin. Na, ein Verwand. Komische Abtrennung. Da? Da? Und Tchaikovsky. Wo komme ich hier lang? Der Arsch? Oh, okay. Hä? Die Karte aktualisiert. Komm ich jetzt wieder raus? Äh. Ja. Und was ist denn da? Ihr seht das Ganze... Guckt sie das Feuer an? Findet sie das so faszinierend? Lauf, lauf, lauf. Sie guckt geradeaus. Ah! Bim, 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 bim. Ich habe was gefunden. Jawoll. Was ist mit dir, Kollege? Oh! Das ist doch... Ne. There you go. Hey, wir sind wieder draußen. Tararara. So, jetzt müssen wir wieder hoch und dann da rühren. Okay, gut. Ich glaub, wir haben jetzt hier fast alles. Fast alles. So. Hier entlang. Hier entlang. Ich ziehe dir das Seil da drüben. Oh, das war. Du nimmst mich hier ein Stück mit. Nimm ich da ein Stück mit. In deinem Windschatten, oder? Grim! Du bist da! Oh nein. Grim! Grim! Warum bleibt der jetzt stehen? Hallo, was ist da los? Ey, fahr doch weiter. Ich weiß es genau, dass ich da runterspringen muss, soll. Und dann ist hier wieder... Hallo? Ist hier wieder Arena. Ich hasse es. Ich weiß auch. Immer so. Watab jag? Um, was ich ha betetst? Oh, was mich für dich ist hier unten? Also, ich werde das. ụst Untertitelung. BR 2018 voller anspannung was los die waffe weg oder freund ist tot nein das macht mir nichts man denn ich bin aus glasgow tritt sie den abgrund runter ok Nein! 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 Okay. Nein! Um. Nein! Grandma! Um. Ähm. Der Palast. Ich muss zu dem Palast. Ja, aber stopp! Da unten liegen die Bleche. Wo sind die Leichen? Sind sie noch am Leben? Sind sie tot? Da unten liegen die Bleche. Der ist doch da. Da runtergestützt. Da wo der Kopf ist. Da standen die Bleche. Da ist der runtergestützt. Ja, nehmen wir alles mit hier. Alles. Wir nehmen alles mit. Alles uns. Alles uns. Kann sonst was? Da sind Pfeile. Da ist nochmal Munition. Jawohl. Okay, das Geräusch ist noch da. Es dreht sich nicht mehr. Äh. 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 Lass mich los. Was? Was war das denn? Hä? Okay. Yeah. Ah, wir sparen die Munition. So, was haben wir hier? Da ist ein Seil. Okay. Äh. Ach, guck an. Guckt an. Wo wollte ich vorhin lang? So, aber ich würde gerne... Autsch. Erstmal hier runter. Was? Ich hab hier so viele Leute gekillt. Wo sind die? Nein, lass mich gehen. Das sieht auch so aus, als wenn ich mich da dranhangeln könnte. Okay. Okay, hier soll ich wohl lang? Ich glaube, ich hab alles. Äh. Hey, da ist sie! Durchschneiden! Was? Wo kommt ihr denn jetzt her? Kletter weiter Mädchen! Kletter weiter! Warum bleibt sie da so hängen? Warum bleibt sie da so hängen? Ja. Guck nicht so! So, das nicht. Scheiße! Ich geb dir Feuerschutz. Du kannst nach oben klettern. Gott sei Dank. Hä? Was? Wie? Roth! Ja? Grimm ist tot. Sie wollten ihn als Druckmittel einsetzen, damit ich aufgebe. Er hat's verhindert. Wie ist das? Äh. Grimm, du. Sturer Mistkerl. Es tut mir so leid, Roth. Nein. Sei nicht traurig, Lara. Mach was draus. Wir drängen einen auf den alten Mann, wenn die hier weg sind. Ja. Ähm. Ja, aber irgendwie... Ich versuche näher heranzukommen. Kannst du mir noch mein Deck umgeben? Ja. Ich hab ein freies Schussfeld bis zu den Palastmauern. Okay. Ähm. Wo bist du... Du bist da drinnen. Du bist... Du bist niedriger. Wie... Und das Ding ist doch im Weg. Wie hast du denn ein freies Schussfeld dahin? Und wie bist du überhaupt da hingekommen? Ich hab dich im Lager bei den Wolfen zurückgelassen mit einem verwundeten Bein. Wie bist du da hingekommen? Vor allen Dingen schneller als wir. Hä? Rettungshubschrauber M888RC nähert sich vom Frachter Trinity. Reaktion auf SOS. Hier ist Conrad Roth von der Endurance. Hören Sie mich. Lara, hast du gehört? Ein Rettungshubschrauber ist unterwegs. Ja? Das ist ja großartig, Roth. Du gibst ihnen ein Signal? Ich hole Sam und die anderen. Aber Lara, vielleicht sollte ich... Hier geht's um keinen Piloten, Roth. Ich hab Sam und die anderen da reingebracht. Ich hole sie wieder raus. So sieht's aus. Aber ich würde sagen, Sam und die anderen holen wir in der nächsten Folge da raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Bis dahin. Tschüss.